Ja Leute, ich habe schlechte Nachrichten. Ich habe Cookie jetzt beim Heimkommen gerade da unten am Boden gefunden. Sie lebt zwar noch, aber so wie es aussieht, wird sie wahrscheinlich die Nacht nicht überleben. Ich glaube nicht, dass sie sich fangen wird. Sie sieht ziemlich verkrüppelt aus und ziemlich schwach. Ich glaube fast, da ist irgendwas passiert, dass sie runtergefallen ist oder sich irgendwo eingezwickt hat. Ich weiß es nicht. Aber ihre Füße sind irgendwie starr. Ich lasse sie jetzt da mal ein bisschen liegen, gebe ihr ein bisschen Wasser. Ich weiß nicht, ob sie sich wieder fängt. Ich lasse sie jetzt mal so. Tja, und wie ich vermutet habe, Leider sie hat es gar nicht die ganze Nacht geschafft, aber wir behalten sie in Erinnerung, wie wir sie kannten. und wie wir sie gar nicht die ganze Nacht presenten haben. Aber sieceansgriffe auch, Untertitelung des ZDF, 2020